Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Brawl Blocks. Mir wurde gesagt, das hier ist wie Brawl Stars, nur in Roblox und ich muss sagen, es sieht erstmal schon ziemlich schlecht aus. Keine Ahnung, das G.Y. ist vielleicht für Handy optimiert, die Knöpfe sind alle viel zu groß. Wenn ich auf Optionen gehe, werde ich erschlagen von Einstellungen, ich weiß gar nicht, was das hier alles ist. Ich will eigentlich nur gucken, ob ich irgendwo Musik ausschalten kann. Ach schön, man kann auch noch runterscrollen. Alles Confirm Reset, was wollt ihr von mir? Ich hab keine Ahnung. Aber ich glaub, ich drück einfach mal auf Spiele und bin jetzt drin, ich spiele Shelly. Immerhin sieht das so ein bisschen so aus wie Brawl Stars, aber es ist ja, so wäre das eher wie Brawl Stars. Und wenn ich jetzt so schieße, ah, dann funktioniert's auch, aber das laggt ja. Ey, nicht auf mich schießen. Hör auf, hör auf. Ja, nein, ich wurde gesch... Wir haben uns gegenseitig getötet. Okay, respawn. Ich spiel aus der Vogelperspektive, das ist besser. Also was gibt es denn? Angriff ist F, Autoangriff ist E, es gibt Autoangriff, wow. Oh, Superskill ist Q. Ich mach mal Autoangriff an. Mal gucken, was das macht. Superskill wäre Q. Autosuperskill mach ich auch an mit R. Okay, jetzt muss ich doch nur zu den Leuten hinlaufen, oder? Ja, ich muss nur zu den Leuten hinlaufen und der greift dann automatisch an. Ui, was war denn da los? Respawn. Jetzt muss ich jetzt auch alles lernen. Oh, ich kann hier oben sein? Ist das überhaupt legal? Ähm... Ha, du hast geschossen. Ah, Autoangriff war gar nicht mehr. Ja, ich dachte, das bleibt drin, aber nein, ich muss das immer anschalten. Woran sehe ich, ob das aktiviert ist? Ich drück nochmal E und Q. Ne, E und R hätte ich drücken müssen. Und jetzt macht er wieder Autoangriff. Ne, ich muss selber angreifen. Ich greife auch selber an, ist besser. So, hab noch einen Kill gemacht. So, die da hinten, die sollen mal wegbleiben. Ich geh mal kurz ins Feld rein, ich hoffe, ich bleib dann unsichtbar. Bam! Okay, den hab ich weggeklatscht. So, und jetzt bist du dran. Der ist Spawnschutz, ne? Okay, den hab ich auch gekriegt. Ui, ui, ui. Ich sag es, ich habe Brawl Stars nie gespielt, weil ich nicht so ein Mobile Games Typ bin. Und dementsprechend kenne ich mich hiermit gar nicht so gut aus, aber das Spielprinzip ist ja einfach zu verstehen. Ich meine, ich muss auf die Leute schießen und dann gehen sie tot. Oh. Oder ich geh tot. Das geht auch ziemlich schnell. Wo ist meine HP-Anzeige? Wahrscheinlich da unten irgendwo. Ui, okay. Ah, das sind Bots. Ich merke schon. So, und meine HP-Anzeige geht auch nicht hoch. Ich verstehe. Wenn ich hier raufgehe, sterbe ich dann? Ah, cool. Okay. Eigentlich ist das ganz cool gemacht, auch dass es hier so eine 3D-Ansicht gibt. Ab. Ah, der ist jetzt weg. Kann ich nochmal einen super Angriff machen? Ich hab keine Ahnung. Ich lauf hier einfach mal weiter. Was gibt's denn alles auf dem GUI? Ich weiß es gar nicht. Also... Ah, okay. Ich kann so dreimal schießen. Dann hab ich hier das. Und dann werd ich hier weggemacht. Okay. Drück mal Respawn. Okay. Auf die geh ich. Die hol ich mir. Die werden jetzt sowas von, äh... Abgestaubt. Abgestaubt. Ab... Ey, nicht auf mich schießen. Nein, ich hab daneben geschossen mit meinem Superskill. Ich will einen Kill machen. Okay. Okay. Bruder, wie bist du nach da hinten gekommen? Alles klar. Ähm. Aber wo sehe ich, wie viele Kills ich habe? Ich hab keine Ahnung. Ich seh da oben Trophäen. Okay. Okay, wie viel hältst du aus, Bro? Okay, der ist weg. Der ist weg. Sehr gut. Jetzt hol ich mir den da hinten. Du bist meins. Bam. Okay. Und jetzt noch den Bot hier. Ich geh mal davon aus, dass das Bots sind und keine Spieler. Okay. Okay, die hab ich... Oh, der lebt noch. Okay, der ist tot. Der ist tot. Okay, ich bin aber auch fast tot. Ich halt nicht mehr viel aus. Oh Gott, geh weg. Geh weg. Okay. Bruder, geht's dir gut? Hallo? Geht's dir gut? Oh nein, ich glaub, er ist tot, Leute. Was tun wir hier nur? Ich glaub, die Trophäen da oben sind so eine Art Kills. Ich krieg halt Punkte und keine Kills. Ich würd aber gerne meine Kills sehen. Ich will meine KD. So, den hab ich mir geholt. Pah. Ehrenlos abgestaubt. Jetzt hab ich 64 Punkte oder Trophäen. Wenn ich Tab drücke. Brawler, Trophäen. Ja, ich seh halt nur Trophäen. Und keine Ahnung. Ihr könnt mir das ja erklären. Ihr habt bestimmt sehr viel mehr Brawl Stars gespielt als ich bisher. Als ob ich noch lebe. Ich lebe noch mit so wenig HP. Alles klar. Ich bin aber jetzt so gut wie tot. Ah ne, meine HP gehen tatsächlich hoch. Lol. Deswegen lebe ich wahrscheinlich auch noch. Kann ich dann hochklettern? Okay, den hol ich mir. Oh, als ob ich immer noch lebe. Hallo? Ach, der ist weggeflogen. Wohin? Ach, da hinten. Okay. Komm ran. Nein! Warum ist das so spät gefeiert? Okay, er will sich mit mir anlegen. Dann kann er das haben. Nein, er hat sich... Er hat mich sowas von rasiert. Okay. Okay, respawn. Wann ist die... Wann ist diese Runde vorbei? Ich weiß es nicht. Und ich bin tot. Okay. Ich glaube, ich mach mal Shift-Log an. Dann ist, glaube ich, besser zu zielen. So, wir holen uns erstmal den... Oder wir holen uns den Fetten da hinten. Oder er ist tot. Lol. Haha. Haha. Ich hab dich getötet. Jetzt hol ich mich mir euch. Bam. Traut euch. Kurs, kommt zu mir. Okay. Komm, bam. Weg mit dir. Geh weg. Nein, ich wurde von dem kleinen Bot getötet. So ist das Leben, Leute. Okay. Ich bin schon Rang 7. Oh, ich will Rang 8 erreichen. Ich will Rang 8 haben. Guck, da hinten einmal ein bisschen abstauben. Hier ein bisschen... Oh. Oh, ich wurde weggemacht. Ich wurde so weggemacht. Okay. Wo sind die Gegner? Hä? Da hinten ist jemand out of map. Da sind ein paar Leute. Da hinten wird viel gekämpft. Ich hol mir die. Ich hol mir die. Die wird jetzt abgestaubt. Sache ist, warte ich jetzt, bis die da runterkommt? Wird die jemals da runterkommen? Ich weiß es nicht. Hinterhalt! Okay, die habe ich jetzt geholt. Ich glaube, die checkt gar nichts. Ich frage mich nur, wie ich zu ihr hochkommen kann. Gibt es hier irgendwo so eine Boost-Plattform? Ich weiß es nicht. Oh Gott, die Bots. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Oh Gott. Hopp. Okay, das schaffe ich nicht. Okay, die sind... Ey, teamen die? Ey, die teamen alles einfach. Oder nee? Okay. Oh Gott! Als ob! Du kannst das noch nicht mit mir machen. Woher wusstest du, dass ich dort bin? Ich dachte, ich bin versteckt da drin. Okay. Okay, den Bot hole ich mir jetzt aber. Bam. So, den haben wir. Jetzt holen wir uns die Spieler da hinten. Der eine Spieler jagt den anderen Spieler und ich jag den jagenden Spieler. Oder ich schneide den einen den Weg ab. Oder ich kümmere mich erst mal um die Bots. Okay, jetzt... Jetzt komme ich aber dazu, Leute. Pass bloß auf! Hier komme ich! Bam! Beide geholt. Okay, warum läuft da hinten so Musik? Geh mal weg. Geh mal weg. Okay, ich bin tot. Aber ich habe immer in den Kill... Ich glaube, ich habe den Kill nicht mehr gekriegt. Ah, das war so anspannend. Okay. Da hinten. Die hole ich mir aber. Okay, den habe ich. Den habe ich. Ich muss halt nur alles rausballern, was ich habe. Aber wofür habe ich denn auch alles, was ich habe, ne? Da oben links steht auch verfügbar. Soll ich da mal raufklicken, wenn ich tot bin? Warte, den hole ich noch von hinten. Bam! Jetzt habe ich sogar meine, äh... Mein Superskill. Und mit dem Superskill hole ich dich. Bam! Du lebst noch! Okay. Schieß, schieß, schieß! Oh Gott! Okay, ich muss kurz warten, bis ich nachgeladen habe, bis ich regeneriert habe. Oh Gott, ich bin so tot. Ich bin so tot. Geh weg, geh weg, geh weg! Ich hatte keine Chance. Okay, ich drücke jetzt auf verfügbar und habe Daryl freigeschaltet. Und jetzt ist nichts mehr verfügbar. Okay. Markenfall. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Wenn ich auf Brawler gehe. Ich habe Shelly. Also habe ich doch keinen Brawler freigeschaltet. Was habe ich denn freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Ich habe Quests. Ähm... Sammeln. Und sammeln. So. Und... Ich bin so überfordert hiermit. Was ist das überhaupt? Ich drücke einfach auf Respawn. Ich spiele einfach weiter. Weiter spielen macht tatsächlich Spaß. Das GUI ist sowas von furchtbar. Man weiß gar nicht, was das alles soll. Es ist viel zu groß. Viel zu überladen. Warum sieht mich der Bot? Warum schieße ich... Warum treffe ich ihn nicht? Jetzt treffe ich ihn. Okay. Und jetzt gehe ich nach da hinten zum Kampf. Fast bloß auf. Hier komme ich. Durch Soge raus. Damit sie mich hoffentlich nicht sehen. Alles klar. Swingt euer Ding, Leute. Als ob ich tot bin. Der hat mich ja praktisch gewone-hitted. Oder ich habe irgendwas wieder nicht mitbekommen. Typisch für mich. Okay. Jetzt komme ich aber dazu, Leute. Aber der hat Spawnschutz. Also kämpfe ich gar nicht erst gegen ihn. Ich bin tot. Okay. Ich dachte, ich könnte mal meinen Superskill benutzen. Aber scheinbar nicht. Mach mich nicht tot. Nicht tot machen. Oh Gott. Ich habe ihn tot gemacht. Jetzt schnell weglaufen, Leute. Ich gehe einfach out of the map oder so. Ich gehe einfach weg hier. Er muss regenerieren und so. Und ich hole mir den kleinen Typen mit seiner Gitarre. Warum kann er eigentlich nach unten schießen? Der Ehrenlose. Aha. Du kriegst jetzt auf die Schnauze. Komm ran. Komm ran. Kannst du nicht. Weil du bist fett und langsam. Okay. Ich bin einfach voll wieder. Ist das nicht schön? Okay. Wenn die beiden unten sind, dann hole ich sie mir. Sie sind beide unten. Komm ran. Waren. Waren. Beide erwischt. Aber ich habe, glaube ich, keine Kills dafür bekommen. Und ich bin tot. Manchmal ist man einfach ziemlich schnell tot, ne? Ich glaube, ich gehe dort, wenn da sind zwei Leute. Okay. Haha. Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat. Ob der jetzt in meine Falle gelaufen ist. Oder ob das von ihm so geplant war. Okay. Nein. Er lebt noch. Oh. Okay. Aber ich glaube, diese Runde ist nie vorbei. Ich glaube, hier gibt es kein Rundensystem. Sondern einfach nur kämpfen, oder? Komm ran. Aha. Okay. Und ich bin tot. Na gut. Wenn ich eigentlich gedrückt halte, schießt er dann durchgehend? Wir probieren es aus. Ne. Macht er nicht. Okay. Ich habe 187 Trophäen, Leute. Na los. Stirb. Oh Gott. Ich habe überlebt. Ich bin der beste. Ich bin der beste Mensch auf dieser Erde. Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie gut ich bin. Ja. Ihr schreibt jetzt sowieso alle in die Kommentare. Ey. Du bist voll schlecht. Ich habe schon 30 Millionen Trophäen. Leute. Jeder muss mal klein anfangen. Okay. Leute. Oh. Ich kann gar nicht töten. Oh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Komischer Mann. Mit Sombrero. Genau. Weg. Nein. Jetzt wurde ich von hinten geholt. Okay. Oh nein. Da ist schon wieder eine Leiche des Krieges. Ich glaube, wenn ich im Kreis um die Leute laufe, treffen sie mich schlechter. Okay. Wenn ich tot bin, dann gucken wir nochmal im Hauptmenü, ob ich irgendwie einen anderen Brawler auswählen kann. Weil ich dachte, ich hätte einen freigeschaltet. Oh nee. Der hat Spawnschutz. Der Ehrenlose. Den hole ich mir. Überraschungsangriff. Okay. Will der sich wehren? Der will sich nicht wehren. Doch. Er wehrt sich. Nein. Der hat sich gut gewehrt. Ich wäre fast gestorben. Okay. Warum schießt er auf mich? Was habe ich euch allen je getan? Okay. Jetzt hole ich euch. Jetzt hole ich euch. Bam. Oh nein. Ich habe daneben geschossen. Ich habe trotzdem einen Kill gemacht. Okay. Okay. Ich drücke jetzt auf Home. Dann bin ich jetzt wieder am Home. Und tatsächlich. Ich habe mehrere Brawler. Ich habe jetzt noch Nita und Colt. Okay. Und die habe ich dann auf Stufe 1. Shelly habe ich jetzt schon auf Stufe 13. Ich habe aber keine Ahnung. Die sind alle Power 1. Nita. Ich spiele einfach mal mit Nita. Okay. Nita ist der hier. Mit dem habe ich was. Ich weiß es nicht. Ah. Okay. Sowas. Okay. Lass ich mich einfach mal drauf ein. Hey Bruder. Bruder. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Man fühlt sich stärker mit Nita. Habe ich. Also die Attacken fühlen sich an, als hätten sie mehr Wucht. Ob sie das wirklich haben, kann ich nicht sagen. Aber ich gucke einfach mal, was das hier kann. Okay. Das ist sowas. Und ich bin tot. Aber meine Ombre, der macht bestimmt gleich noch Schaden. Okay. Noch einmal Respawn. Wie weit fliegt das Ding? Oh, nicht so weit. Schade. Nein. Geh weg. Geh weg. Ich habe dich nicht gebeten, mich zu töten. Ha. Okay. Okay. Da hinten höre ich Schüsse. Also laufe ich nach da hinten. Ich weiß gar nicht. Soll ich das so in der Vogelperspektive spielen, wie man auch Browstar spielt? Oder doch sowas. Es hat ja was, wenn man so spielt. Es hat schon was. Hey. Na. Na los. Ich schneide ihm den Weg ab, während mein Ombre versucht ihn zu jagen. Oder doch nicht. Okay. Er läuft straight up weg. Ey. Nicht auf mich. Oh Gott. Wie viel Schaden macht denn seine Rakete? Ich bin Two-Hit. Alles klar. Alles klar. Stirb. Please. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber ich werde jetzt auf dich gehen. Nein. Ich werde von Kindern getötet. Ja. Komm. Holt ihn euch. Holt sie euch. Wir machen sie alle so fertig. Ich habe einfach kaum HP. Ich bin One-Hit für jeden. Für alles und jeden bin ich ein One-Hit. Ich folge einfach mein Ombre. Mein Ombre weiß, wo es lang geht. Vielleicht auch nicht. Oh. Mein Ombre weiß wirklich, wo es lang geht. Okay. Ah. Wie weit fliegt man denn weg? Ich will nur auf das kleine Ding und nicht komplett aus dem Geschehen verschwinden. Komm ran. Wenn du dich traust. Aha. Okay. Oh, mein Ombre ist da oben, lol. Und jetzt bin ich hier hinten. Aha. Aha. Okay. Weiter geht's. Den hole ich mir. Okay. Das hat nichts gebracht. Kann ich nach oben schießen? Nee, kann ich nicht. Ich komme nicht an die Gegner ran. Ich komme... Ich kann... Ja, ich kann Bots töten. Aber wer will das? Ey. Du da. Stirb. Ähä. Lebst du noch? Nee, ist tot. Okay. Ich glaube, ich spawne jetzt einfach mein Ombre. Und zwar... Hier hinten. Hihi. Hallo? Geht's... Okay. Keine Ahnung. Es ist ganz cool, so zu spielen. Ich fühle mich ziemlich stark, aber auch ziemlich wack, weil ich halt ziemlich schnell sterbe. Ey. Oh nein, der mit seinen Raketen. Nee, das ist jetzt jemand anderes mit Raketen. Ah, die haben so viele Raketen. Alles klar, alles klar. Ich bin einfach tot. Okay, ich gehe jetzt nochmal auf Home und schaue mir jetzt noch den letzten an, den ich... Oh, ich habe schon wieder jemanden freigeschaltet. Bull. Aber ich spiele jetzt nochmal Colt. Colt ist, glaube ich, dieser Standard-Character. Ja, dieser hier. Mit dem kann ich... Ich muss warten. Mit dem kann ich so einfach schießen. Okay. Und die Ultra ist wahrscheinlich einfach so Raketendinger. Das sehen wir ja dann. Oh leu, ich kann voll weit schießen. Voll cool, wie weit ich schießen kann. Aber auch voll cool, wie schnell ich sterben kann. Okay. Ich gucke das mal aus der Vogelperspektive an, weil ich habe scheinbar einen ziemlichen Weitschuss. Ja, so weit kann ich also ungefähr schießen. Aha. 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 Er ist tot. Okay. Das ist cool. Wenn man mit Colt auf Abstand bleibt, dann hat man eine Chance. Ey. Okay. Ich glaube, in der Vogelperspektive spielt es sich viel besser. Weil man dann viel mehr erstens Übersicht hat und zweitens auch viel besser zielen kann. Wo will man jetzt wirklich genau hinschießen? Komm ran. Komm ran. Komm ran. Komm ran. Komm ran. Komm ran. Okay. Colt hat einfach genau seine normale Attacke nur noch weiter und noch stärker. Verstanden? Ich drücke jetzt noch einmal auf Respawn. Und dann sollte es aber auch reichen bei den Runden. Die nehmen kein Ende. Es hört nicht auf. Man kann ewig weiterspielen. Stürb. Nein. Ich bin gestorben. Ah. Please. Ich will nur einen Kill noch machen. Bitte. Bitte. Gebt mir einen Kill. Okay. Da unten. Dieser Kill würde nicht wirklich zählen. Weil das ist wieder ein Bot. Nein. Und jetzt werde ich von einem Spieler getötet. Ich werde hops genommen, Leute. Ich wurde hops genommen. Okay. Mit Colt kann ich nicht umgehen. Ich würde es aber sagen. Das war es erstmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann. Und ciao. Ciao.